Na? Müsste gleich merken, dass der... ...wieder alles voll hat. So... Äh... Zinn weiter. Auf mit euch. Ich möchte es haben. Zinn ohne Ende. So, was wollte ich noch in dieser Folge machen? Hm... Vier hatten... Genau, ich will endlich mein Jetpack machen. Endlich, sozusagen. So, 36 Stück. Das geht genau für vier auf. Komm, hol dir das Zeug. Eins, zwei, drei... ...vier. Wie viel haben wir jetzt drinnen? 52. Das reicht locker nochmal für vier. Hm... Schmelzen, schmelzen, schmelzen. Das ist etwas viel. 16 Ingots noch. Das bedeutet einer davon. Dann sind das sieben. Nein. Das ist ein Fehler. Eins. Eins. So, und wir kommen wieder in die typische Bewegung. Oh. Okay, fertig. So. Zinn haben wir jetzt auch. Schön viel. Was kommt als nächstes? Cadmium. Kann man Cadmium schmelzen? Nein. Kann man leider nicht. Schade. Ähm... Lidore. Will ich jetzt unbedingt Lidore schmelzen? Gold. Cadmium. Copper. Iron. Komm, Gold wird auch mal eben kurz geschmolzen. Also Cadmium und... Indium. Bist du... Nein. Das kann weg. Die Blocks können weg. Äh... Können nicht geschmolzen werden, leider. Schade. Yellow Ride. Keine Ahnung, was das ist. Ähm... Ja, ich nehme am besten einfach mal... diese Sachen... hier raus und stecke die oben in die Kiste, weil oben brauche ich das ganze Redstone. so... äh... da. Ah... und Laps, 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 Milikant steckt auch dazu tun. so... etwas essen könnte ich auch mal... was ist hier drin? 40... passt für... vier davon... und... zwei davon... so... so... komm... gib mir dein Gold... eins... zwei... drei... vier... fünf... sechs... und... hat es genau gepasst? ja... super... ähm... weg mit dem Zeug... so... ah, das kann auch noch weg... so, was haben wir noch in der... Küste? wir haben... hu... Silver... Kristalle... Zimba... Ach, Rubis und das Ding konnte ich nicht reintun... Uran... diese Kristalle konnte ich dann auch da reintun... so, ich weiß auch nicht, was man damit noch machen kann... als erstes wird, äh... das Deck-Körper-Gesmolzen... das Deck-Körper-Gesmolzen... ähm... genau, und ich wollte mir noch eine Kiste... oder... ein Locker... wie wird nochmal Locker gemacht? hm... Locker... Reinforced-Diamond Locker... puh... hallo? Iron... achso... ah... also so ein... Reinforced-Iron Locker... würde ich gerne mal ausprobieren... warte mal... ah, dafür brauche ich ganzes Gold... ein Gold-Block... und ein Iron... gut... mach ich jetzt einfach mal... haben wir noch... da... ah, das ist Rubberwood... hm... okay, ähm... nehmen wir Gold... ja, komm... ein Gold-Stück... das geht... wir brauchen viel davon... soweit ich weiß... äh... ja, super... wir haben jetzt überhaupt keinen Platz wieder... ah... ich muss einsortieren... in Käste... so... Quantum... das kann weg... hallo... so... das kann auch weg... äh... Salpeter... das kann auch weg... so... Padmium... ähm... muss ich brennen... und... hab ich... ja, ich hab ne Axt dabei... gut... dann hole ich mir jetzt erstmal... Wood... und zwar... äh... ja... pfff... boah... da stand schon wieder was... was ich nicht haben wollte... nein... das ist Rubberwood... Rubberwood... brauchen wir nicht... das piekst mich bloß nicht... komm, ich knabber einfach mal so ein Bäumchen an... dann geht's los... schade... fehlt genau eins... und... nein, da fehlt noch eins... hhhh... Komm. Weck mit dir. So, und her mit dem Zeug, was du hier hast. Schön. So. Und wieder in mein Haus rein, bitte. Ich habe das Gefühl, dass es in meinem Haus so stark leckt. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich wegen den ganzen Geräten hier. So. Wir brauchen eine Locker. Wie ging nochmal ein normaler Locker? Ach ja. Genau. Und eine Falle. Gut. Dann machen wir das einmal. Wir bauen einmal eine Fallentür, die es gleich zweimal gibt. Was dumm ist. Egal. Dann, ähm, bauen wir ja, am besten direkt zwei Locker. Dann haben wir die Fallentür weg. Und dann brauchen wir oh, ich glaube, dafür habe ich zu wenig. warte mal. Okay. Das bedeutet, dafür habe ich genau richtig viel. Allerdings habe ich einen. Ach, super. Weg mit dir. Dafür habe ich zu wenig Gold. Gold. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins. Und ein Goldblock hätte ich gerne. So. So. So, das Holz. So. Da ist der Locker. Und da ist der Goldblock. Super. Damit hätten wir schon mal das. Die kommen weg. Und, ähm, ja. Wie mache ich das? Ich muss jetzt dann hier einfach mal doch den goldenen Locker hin. Und, äh, leg da meine ganzen... Oh. Schade. Kann man nur eins hinlegen. Okay, dann kommen hier oben meine ganzen Herze rein. Dann bin ich die schon mal los. Und... Die ganzen Shards und Rubies und so weiter. Äh, äh, habe ich noch welche hier? Nein. Gut. Also, die sind oben. Die kommen unten rein. So. Fehlt noch was? Ah. Extremy sense. So. Sense. Das, das. Das, das. Das. So. Hier oben. Hmm. 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 Vielen Dank.